Und schön, dass ihr wieder da wart. Und mir beim Essen zugesehen habe, wir fallen ins Bett. Ja, dann aber ab, ab ins Körbchen. Das dauert bei mir noch. Ins Körbchen? Ins Körbchen, ja. Oh je, nicht schon wieder. Ach jo. Jetzt schon, wo ist er? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Wer es ist? Auch das habe ich mich schon gefragt. Ach, Freddy glaube ich. Ich glaube auch. Die habe ich jetzt eben gerade erst auf die Zeiten gegachtet. Ja, genau. Ich nehme mich auch. Oh Gott, hau doch mal. Danke, Hybrid. Was gibt es denn bei dir Leckeres? Okay, da ist auf jeden Fall einer der überlebenden AFK. So blöder Feuertrottel. Gut, steigern, so schaum sie nicht. Ne. Rein in deine eigene Richtung. Taya, lauf nie weg von mir. Oh Pizzaman. Oh mein Gott, was ist denn mit dir los? Wieso? Was ist denn mit mir los? Dein Kopf geht die ganze Zeit sofort zurück. Das sieht aus, als wärst du ein Zombie. Bin ich ja vielleicht. Oh mein Gott. Ach, du bist in der Traumfeld. Okay. Ja, ich wollte mich da gerade raus pizzeln. Deswegen sahst du so krank aus, ey. So. Oh, ich muss einmal komplett auf die andere Seite der Map. Komm hierher. Echt? Ja, du. Dann kannst du mir den Generator weitermachen. Weil ich muss mich jetzt hier einmal... Ja? Ja, 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 ja doch komm hierher. Genau, da rein. Warte. Aber ich muss jetzt einmal... Ich übernehme. Eventuell. 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 Ich muss nämlich einmal hier aus der Traumfeld raus. Ich kann mit einfach Glück hier den nächsten Generator weitermachen. Oh. Der alte Sack. Okay, er ist also bei dir. Ja. Dann hoffe ich, dass ich an den Generatoren komme. Die olle Freddy-Lake. Es ist noch nicht gleich, wenn alles gut läuft, retten. Alles gut. Ich will nur den... Einen Generator von dir fertig machen. Also von... Wir von dir fertig machen. Okay, dann nehmen sie einen Satz weg. Okay, ich kann dich leider nicht retten. Der ist hinter mir her. Glaube ich. Nicht gut. Ja. Okay. Ich höre ihn nur. Kann ich retten. Und jetzt muss ich wieder in die Traumwelt. Äh, jetzt bin ich wieder in die Traumwelt so. Schönen Sie. Ich habe schon wieder in die Traumwelt. Ich habe ihn nicht gemerkt, ob ich weiß. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht glücklich zu haben. Oh, was ich? Ich bin einig. Oh, was ich? Ja. Das ist noch nicht. Ich bin einig. Ich bin einig. Einig. Und am nächsten Generator. Ich bin auch so gut wie fertig und ja hier ist er natürlich, ist klar. Du Penner. Du blöder. Du blöder. Du hast nichts zu retten, weil es dann nicht hinter mir her ist. Ja, ja. Alles gut. Okay, er ist nicht hinter mir her, ich komme zu dir. Okay. Ich bin gleich aus der Traumwelt raus, wenn ich bei dir war. Ja ne, lauf, das wird zu knapp. Nein, ich bin doch schon da. Okay, das war extrem knapp. Lauf, lauf, lauf. Oh scheiße. Oh kacke, Entschuldigung. Nein, nicht schlimm. Alles gut. Okay, Luke suchen. Also noch ist zwar nur einer am Leben, aber... Ich glaube, das wird verdammt knapp. Ja. 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 Na, ne. Ja. 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 Was ist das? Ich weiß nicht, ob hier hat es überhaupt da irgendwas passiert. Pass auf, am Ende suchen wir beide nach der Luke. Aber nur einer rein. Ja. Ja, ich bin doch schon rumherum gelaufen. Hier ist ja Freddy. Freddy. Ich weiß, was du meinst, weil du mich gerade gesehen hast, so ich in der Trommel war. Ja. Wenn du in der Trommel warst, deine Arme waren voll am ausbluten, wie so eine Fontäne kam. Wenn du das da raus weinen. Die haben Suppen. Ja, geil, ne? Ah, okay. Ich glaube, weiß ich nicht. Jetzt ist ein einzelner. Ich muss hier irgendwo mal ein. Du hängst noch gar nicht, oder? Ich häng noch gar nicht, ne. Das ist doch... Das ist gut. Aber jetzt werde ich gleich hängen. Oh! Oh! Was? Oh! Ich hab die Luke gefunden. Okay. Dann merkt immer vorsichtshalber, wo sie ist. Oh! So! Jedes Mal wieder, ey. Da bin ich meistens drin, ey. Ja, das war nicht so gut. Mhm. Die Idee war gut. Die Untersuchung war scheiße. Ja, die Idee war top. Nein! Ja, klar. Kämpft ja auch noch. Oh, Gott. Was ein Arsch. Bitte. Okay. Das wird nicht. Äh. Ich glaub auch nicht. Nein, ernsthaft? Genau da, wo er eben stand, war die Luke. Ah, hi. Danke. Okay. Ich würde mir fast wünschen, dass ihr dahin sitzt, ein kurzes Kass bei. Ja, das gewinne ich eh nicht mehr. Ja, er haut auch auf ihn ein erstmal schön. Das schlimmste ist halt, da steht er. Ich würde ihn echt gerne retten. Das Gute ist, dass ich weiß wo die Luke ist, aber... Oh Gott sei Dank. Oh nein. Oh nein. Dein Ernst, ey. Hey, der kämpft da. Wie soll ich den retten? Weißt du nie, ob ich rauskomme, wenn ich in der Traumwelt bin? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Oh. Oh. Dein Ernst. Klar, und ihn hängt er jetzt natürlich auch noch nicht mehr auf. Ach nett. Dafür kriegt er zu Luke. Ja klar, okay. Hängt mich aber auch direkt auf, ne? Das war wohl nix. Und wenn ich jemanden aufhören würde, dann direkt durch den Hals. Dann wäre er instant dead. Ja. Hallo Nanaki. Ich hoffe du hattest so ein schönes Wochenende. Oh Gott. Ich muss jedenfalls einfach teures. Oh je. Was hast du denn gemacht? Dass es so teuer war. Ja. Wolltest du noch eine oder FF? Hm. Das bleibt dir überlassen. Wir können noch eine machen. Wir können aber auch schon FF spielen. Ja komm, dann machen wir noch eine. Okay. Dann passt das. Dann kann ich noch schnell in der Benziner gehen. Dann ist das alles. Ja. Äh. War in der nächstgrößeren Stadt shoppen. Oh je. Okay. Das, äh. Ja. Das, äh. Das kann teuer werden. Das kann in der Tat teuer werden. Ich hab 400 Euro. 400 Euro. Alter. Joa. Ne? Warum nicht? Kann man ja mal machen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Wie geht's hab ich nicht mal. 100 Euro allein im Manga-Shop. Ui. Wie. Wie. Wie schlecht. Mhm. Na gut. Ich könnte mich auch so mit dem nicht kaufen. In diesen Shops. Meine Sammlung vermehrt sich auch gerade stetig. Ungewollt. Sehr ungewollt. Das kauft sie einfach von selber. Ich weiß auch nicht, wie die ganzen Mangas plötzlich in meinem Regal landen. Ich bin einfach da, ne? Ja. Einfach. Ja. Sind sie da? Ja. Ja. Da war uns gar nicht so viel. Eigentlich wuch. Aber ich kann nichts dafür. Das ist eine Sucht. Ist echt so. Ist echt so. Geht mir ähnlich. So. Jetzt wärs doch geil, wenn wir nochmal gewinnen würden, oder? Ja. So. Zum Abschluss. So. Drei gewonnen. Einen verloren. Das wird doch geil. Mega. Der Tag war mega gut. Das geht auf mir egal. Das ist die Hauptsache. Ja. Wir hatten gestern Besuch und haben ein bisschen gegrillt und ja, in Völlerei gelebt. Ja, wir hatten mal wieder viel zu viel. Was meinst du, weswegen ich jetzt hier die ganzen Häppchen und so weiter esse? Ja. Wir haben noch den einen Fleischspieß von gestern übrig. Dann halt noch Kräuterbaguettes, diese Knossi ist da. Ist alles von gestern noch. Nichts heute großartig zubereitet. Naja. Warum auch, wenn noch genug da ist. Morgen gibts ein lecker Hähnchen, Filis. Nupendinger da. Mh, machen wir dann zum Mittag. Mittag. Mh, so kann leider nicht bleiben. Umfugling ist der Wecker. Ich bin hier ins Bett. Um nächstes Mal länger zu bleiben. Ist die Tage. Mach das. Die eine von nach vor der Nacht. Schönen Start in die neue Woche und. Ist die Tage. Gute Nacht. Wie auch immer geht. Gute Nacht. Treib es nicht zu bunt. Du nichts, was wir nicht auch tun würden. Oh, besser nicht. Mh. Mh. Alter, diese Knossi sind so lecker. Also frisches. Auch wenn du im Block bist. Diese Dinger. Die müssen wir öfter essen. Ich kann ohne die nicht mehr. Oh. Die entwickelt eine Sucht. Mh. Das hier ist das geilste. Oder mit das geilste, was ich je gegessen habe. Mh. Genau mein Geschmack. Ich kann die Dinger inhalieren. Ja, ist ja auch komisch aus. Näh. Nicht? Näh. Näh. Wenn mein Hund ein Talent hat, ihr Bett durcheinander zu bringen, das ist unglaublich. Aber wenigstens hatten wir heute mal andere Maps als die letzten Male. Ja, das stimmt. Wo wir sechsmal hintereinander auf dem Schrottplatz waren. Ja, das war scheiße. Und sechsmal hintereinander gestorben sind. Das war auch scheiße. Ah. Der Schrottplatz. Das ist scheiße. Wo wir gerade von geredet haben. Hi. Hi. Wo heißt. Es gibt letztlich wieder einen Wolf. Sehr schön. Haben wir es dann? Ja? Haben wir es dann? Nein. Nein. Neid. Sigsang. Ja. Lang nicht mehr gehabt. Oh. Da ist was geflogen. Wuss. Hör一 vorn mir weg. Oh da ist Sigsang. Hey ich háھ! eigentlich, weil ich sie gehört habe, ja. Hä, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ach, da. Hä? Willst du mich verarschen? Wo ist meine Kaya-Lake? Irgendwann, hier, da, da. Da, da, da. Ah. Da nicht. Oh, alle auf dem Haufen hier oder was? Ey, wo? Okay, ich wollte mich gerade beschweren. Was denn? Ich wollte mich gerade beschweren, warum keiner zum Arm-Generator kommt. Mach doch mal die Glotzbebbel auf. Ich kann mir vorstellen, dass er vorhin sich reingerannt ist. Hm. Also ich habe jetzt auf diesem Weg, den ich gerannt bin, drei Generatoren gesehen. Also wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und wir schnell so gut sind... Ich habe jetzt die Fresse. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hat sie bestimmt übersehen. Ich glaube ich nicht. Ich höre sie auf jeden Fall. Du kleine... Biiiip. Bist ein Biiiip. Du schreckliche Biiiip. Und ein Biiip bist du auch. So. Boah. Ah und hab ich dir schon erzählt, dass du ein Biiip bist? Du blöde Biiiip. Biiip. Tudi. Alles gut. Immer mal rauslassen. Ich habe gerade meine Kabel durch den Raum geworfen, ohne Grund. Also, mich ich selber so... Ist das nicht gut? Nein, sie ist mit der Hand gerutscht. Ach so. Ja, sie hatte sich an einem Kabel festgesinselt und ich wollte die noch nicht fangen. Und ist dann in einem hohen Bogen auf dem Boden gelandet. Schon wieder die typische Topfatsch-Nummer. Soll ich dich wieder aufhängen? Ja, das wäre lieb. Hör mal bitte wieder hängen. Das war so schön da. So, wo war es? Ich habe doch jetzt irgendwo einen Generator gesehen, verdammte Kacke. Hier vorne. Ajo. Also wenn wir gut sind. Ich hoffe, sie in die richtige Richtung läuft. Was sie gerade nicht tut, du blöder. Du blödes. Piep. Piep. Ja, lass mich ruhig aneilen. Das macht nichts. Ja, glaubst du, ich hing schon mal? Du doch nicht. Die war, ich habe halt gesehen, dass sie nur in die richtige Richtung gekommen ist. Was kann ich denn dafür? Wenn es am Ende dann doch nichts tut. Das Glück. Komm mit. E. Oh, komm doch nicht mit. Warum muss die gerade sein? Komm mit. Oh. 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 Wenn die blöde Kuh jetzt hier hinten auch umlungert, ne? Das war wahrscheinlich Pech. Mh. Oh Gott, da kommt's doch. Ja. Ich seh so, sie jagt irgendjemanden. Wo bist du ein Totem? Soll ich das mal zerstören? Ich fänd's toller, wenn du erst mit dem Generator machen würdest. Ja. Aus dem Grund. Na sowas. Das sah eben auch aus. Und du wolltest erst das Totem zerstören, ne? Ja. Hätte, glaub ich, keinen Unterschied gemacht. Situation wäre wahrscheinlich dieselbe. Ja. In der Tat. Wah! Ich hab mich voll sehen können. Ich hab dich wieder. Ach. Ich hab dich rebergen. Ach. Ach. Ach, ach. 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 Sie kommt schon wieder, ey. Ich weiß. Ich dachte, das war so. Ich hab gesehen. Da hinten ist noch ein Generator, sehr gut. Oh, und da kommt natürlich wahrscheinlich ein Nigelfritz genau dahin gerannt, ey. Oh, nee. Schnigelfritz? Dingsang, entschuldigung, Dingsang. Wir haben's gleich, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Nein! Öffnet den Ausgang, bitte öffnet den Ausgang. Weg, Puffo. Oh, hi. Mistvieh, ey. Oh. Weiß ich, hat aber eben noch ein Ding nach mir geworfen. Oh. 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 Ja gut, dann renn ich raus. Wenn das direkt bei mir vorne am Eingang ist. Warst du das? Was? Der da hingeknallt ist. Nein. Ah, gut. Ich habe gerade das Tor geöffnet. Ah, dann bist du am anderen. Dann hast du Glück. Also ich habe es tatsächlich geschafft rauszukommen. Glücklicherweise. Oh, der hängt da hinten. Schaffe ich das? Also ich bin schon draußen. Restlos draußen. Ich verteile hier nochmal ein paar Pünktche. Ah. Würdest du echt retten gehen? Nein, sie schab ihn da ja rum. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich sehe es ja nicht. Ach ja. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die Gruppe verlassen kann, während du noch drin bist. Ja, warte. Ich bin jetzt sofort zu weit. Ich bin jetzt direkt.